Prinz Harry hat zugestimmt, der Hochzeit des Herzogs von Westminster fernzubleiben, damit Prinz William eine wichtige Rolle spielen kann, wurde behauptet. Prinz Harry hat mit einem diplomatischen Schritt den Weg freigemacht für Prinz William, diese Woche eine wichtige Rolle zu spielen, wurde berichtet. Obwohl Prinz Harry seit vielen Jahren mit dem Bräutigam befreundet ist, hat er beschlossen, zurückzutreten und der Hochzeit des Herzogs von Westminster am 7. Juni nicht beizuwohnen. Nachdem eine Quelle zuvor behauptet hatte, die Entscheidung wäre ein Schock für den Bräutigam und die königliche Familie, soll William am Freitag als Platzanweiser fungieren. Wie The Times berichtete, sagte eine Quelle, es wird davon ausgegangen, dass zwischen dem Herzog, von Westminster, und Harry am Telefon eine zivilisierte Einigung erzielt wurde. Es ist schließlich ein weiter Weg von Kalifornien. Sie sprachen von einem diplomatischen Schachzug und fügten hinzu, Harry wurde eingeladen, stimmte dann aber zu, fernzubleiben. Die Diplomatie des Herzogs machte dann den Weg frei für William, während der Zeremonie am Freitag die Rolle des Platzanweisers zu übernehmen, eine Aufgabe, die mehr als unangenehm gewesen wäre, wenn er Harry zu seiner Kirchenbank hätte führen müssen, auch wenn es ihm vielleicht Spaß gemacht hätte, ihm zu sagen, wo er hingehen soll. Die Prinzessin von Wales wird William nicht begleiten, da sie sich nach ihrer Diagnose Anfang des Jahres noch immer einer Krebsbehandlung unterzieht. Hugh Grover, der siebte Herzog von Westminster, heiratet am Freitag Olivia Hansen in der Chester Cathedral. Eine Quelle gab kürzlich an, dass Harrys Abwesenheit am Freitag darauf zurückzuführen sei, dass er nicht bereit sei, im selben Raum wie William zu sein. Gegenüber dem Meera sagte der Royal-Autor Tom Quinn, Harrys Entscheidung, nicht an der Hochzeit seines alten Freundes Hugh Grover teilzunehmen, war wahrscheinlich unvermeidlich, als ihm klar wurde, dass sein Bruder dort sein würde. Ein Freund von Harry sagte, Harry hat es sich definitiv noch einmal überlegt, die Einladung zu Hughs Hochzeit abzulehnen, aber er kann den Gedanken nicht ertragen, im selben Gebäude wie sein Bruder zu sein, ganz zu schweigen vom selben Raum. Über die Freundschaft der beiden fügte Herr Quinn hinzu, Harry hasst den Gedanken, den Kontakt zu seinen alten Eten und Armeefreunden komplett zu verlieren, und erst den Hugh Grover sehr nahe, aber an einer Hochzeit teilzunehmen, bei der sein Bruder als Platzanweiser fungieren wird, ist nur eine Wiederholung der Geschichte auf die schmerzhafteste Art und Weise. Harry fand es angeblich richtig, dass sein Bruder die Rolle des Platzanweisers übernahm. Harry fand, er hätte als Platzanweiser eingeladen werden sollen, aber wieder einmal hat sein Bruder Vorrang.